ja Jo Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ma und ihr Frenz heute nehme ich mal auf das ganze den ganzen steht hier und Joa ich würde sagen wir fangen einfach an dabei sind Jens, Steven und Racket Toll, was? Du hast einen Sprechfehler drin gehabt, wusstest du das? Wat? Ich weiß Jo Freunde So, ja, wir haben uns schon ewig nicht mehr gespielt Och ne ey, wieso bin ich denn der zweite? Das ist ne gute Frage Hop, lass D durch, lass es los Ah, komm schon Ich hasse dieses Spiel Hab ich das schon mal gesagt? Ne aber jetzt ist es raus Maaann Waaaaann 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 So und jetzt, äh, alles außer D Hopp Ne S brauchst du nicht, nur W Ja genau Wiiiii wie er auch hier krebs in seiner in was in der ersten oder zweiten folge ist die die oder verletzt groß krebser d ich weiß wenn der zappel nicht zu stark er hält sich da jetzt fest der e-mail zeigt euch jetzt wie das geht ich bin ich eigentlich immer noch der einzige der es mit controller spielt ich glaube schon und man kann ihn jetzt noch nein und zack das ist gut weil bei mir sieht man keine hässliche maus im bild oh da kommt mein opa oh ey ich kann halt da schon wieder gar nicht was ist das so für ein abartiger lass ihn das ist mein opa nein oh das war schon mal nicht gut was war das denn jetzt oh hör halt auf jetzt danke der e-mail hat auch seine probleme der e-mail wollte uns nur zeigen dass er mal locker ein zweites mal von vorne schafft ne warte mal das hat steven ne das hat steven nicht gesagt oh ja setz dich direkt auf meine hand drauf ja pack ihn direkt an den an den pipi an den pipi an den pipi-hahn wobei die jungen die jungen die jungen die jungen Los! Nein! Nein! Du eine Kacke! Los, halt dich fester jetzt! Fass doch mal die Ziege an, ey, wie sie alle Hemmungen haben! Ich will die Ziege nicht anfassen, ich mag die Ziege nicht! Die Ziege ist die nicht! Das sind doch schöne Gymnastik-Übungen! Was du da veranstaltest! Das ist Reckets-Porn-Gymnastik! Ja klar! Ähm... Wieso? Nein! Nein! Und, äh... D? Warum hast du dich da nicht mit If... Jo, Freunde! Zeig mal hier! Halt dich mit A in der Hand fest! Halt dich mit A in der Hand fest! Dann schleuderst du dich so hoch! Ja, witzig! Ah, ja, genau! Pandert nicht, Alter! Hui! Ja, jetzt Tizian-Taste! Ja, hui! So, boah, ey! So, Jens! D, zeig mal! Zeig mal! Wie, willst du nach Tizian aus, ey? Was? Ja, das stimmt! Wenn Tizian zu seiner Mutter sagt Potzmas! Yes! Yes! Ich find das blöd! Ich kann meine Skins immer noch nicht ändern! Hab ich das schon mal, äh... Schon mal betont? Gerade eben, zu mir! Ah ja, stimmt! Yes! Und jetzt kommt das! Du, 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 du! Ja, Alter, dem Mut, ne? Ey, Alter, wie, als würden wir Armageddon spielen, oder so? Boah, wir müssen mal Worms zusammenspielen! Mach ich denn jetzt! Du drückst die Leertaste! Oh! Warum hast du das nicht so gelassen, Alter, umso schwerer! Genau, ey! Nee! Das stimmt natürlich! Nee, Jens mag lieber die erotischen Positionen! Äh, genau! Ich möchte dir was, äh, Perverses zeigen! Ach, fuck! Das sind eh nur noch vier Sekunden! Ja, fall noch runter! Fall noch runter! Oh, der sieht geil aus! Yeah! 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 Nein! Yeah! Hu! Jaaa! Kommt wieder Hacker-like, weißt du! Hoppi, hopp! Hoppi, hopp! Oh, guck mal, wo mein X ist! Äh, hier, der da! Ja, genau richtig gerade! Sooo! Klatsch die, klatsch die! Der Minion, der sieht ja gar nichts, der, der... Den Hut fiel zu weit unten! Doch, das eine Ouge guckt gerade noch so draus! Aber die Fliege ist schön! Gib ihm mit W! Oh, man hast noch 30 Sekunden! Locker! Yo! Oh, Alter! Ja! Das ist ja so ekelhaft, wie du dich bewegst! Also, ekelhaft kann sich keine Spinne bewegen, Eck! Boah, das hast du schön gemacht! Ja! Nein! Wundervoll! Nein! Oh, du bist ein Arme! Das ist jetzt ein Ende für mich! Was los? Komm, lass ihn deine Beere lutschen! Oh, ey! Entschuldigung, ich muss das Niveau in der Aufnahme hochhalten! Was? Ähm, ähm, äh... A, S und dann D! Jetzt mit A hoch! Oh! Langweiler, wa? Ja, richtig scheiße! Voll unathletisch! Unathletisch! Kann sich ja nicht jeder wie so ein Affe da hochschwenken! No! Ja! Ja! Es können nur pinke Menschen! Oder Emils! Ja, pinke Menschen! Nein! Der hält sich, der hält sich lieber unseren eigenen Sack fest! Hahaha! Mhm! Ja! Oh ja, geil! Fass meine, fass meine, pinke Glatze an! Pinke Glatze! Ja, da ist noch ne Mütze drauf! Die kannst du einfach abziehen! Mach das gerade! Oh, oh, oh! Ne, der kommt nicht mehr! Scheiße! Oh! Oh, ne, Alter! Wenn der das schon nicht geschafft hat... Jetzt kommt der Gangster! Was veranstaltet ich denn? Hahaha! War der falsche? S... D... Er ist schon schwer! Hey, Mann! Jetzt hat mir ein S durch den Strich durch die Rechnung gemacht! Hey, S! Hahaha! W, lass los! Jetzt! Nein! W, Alter! Na gut, Jens, gut! D... Du hast das! D... 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 D...